Hey André, am 12.12. in der Wagen, warte, oder? Joker in der Kraftstation. Warte, warte nochmal. Da ist das Joker-Konzert. Joker-Konzert. Richtig geil, freu ich mich echt drauf. Das ist der Joker. Joker in der Kraftstation. Mit allen möglichen Acts, das wird richtig geil. Ja, Hanni und Billy hab ich gehört, ne? Bissart und Gianluca sind dabei. Mike L., alter Freund des Hauses. Buss ist auch dabei, aus Hamburg, glaube ich. Aus der schönen Stadt Hamburg. Und 3 Euro im Vorverkauf. Karten sind zu erhalten, hier in der Kraftstation. Abendkasse gibt es auch noch Restkarten, aber 4 Euro. Ja, muss ich auf jeden Fall kommen. Und ihr auch. Kommt vorbei. Paulo P noch ein Mal. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.